Subaru Solterra Vorführfahrzeug Farbe Dark Blue Metallic bei Autohaus Hollin in Saalbach-Hinterklemm. Wir präsentieren hier einen hundertprozentigen Allradler. System mit X-Mode inklusive Alufelden 18 Zoll mit Winterreifen Continental. Hier befindet sich die Steckdose für das Aufladen. Die Farbe ist perfekt, es ist ein dunkelblau. Wie man hier sieht, haben wir hier die Kunststoffbeplankungen, was vom Design wunderschön ist, passt zu dem Fahrzeug. Und der Vorteil ist, wenn man mal einen Schaden hat, dann muss man nicht alles lackieren und tauscht man halt die Beplankungen aus. So, jetzt schauen wir mal in den Fahrgastinnen rum. Das Auto ist die Experience Plus, also Vollausstattung. Elektrische Sitze, Leder, Glastach. Schaut mal, da hat mir irrsinnig viel Platz. Da sind die ganzen Abladen, wo man was reinstellen kann. Induktives Laden vom Handy, das haben wir hier drinnen. Einfache Bedienung, alles übersichtlich. Dann haben wir hier einen Monitor für Navigation und für das ganze Display. Das ist alles hier zum Steuern. Dann geht's weiter. Dacho, Akkustände, Multifunktionslenkrad. Was auch sehr gut gelungen ist, das ist nicht aus Kunststoff, sondern aus Stoff. Das gefällt uns sehr gut. Also, Verarbeitung bei Subaru ist sowieso sehr hochwertig, langlebig und sehr wenig Probleme oder mit Garantien bei den Fahrzeugen. Wie gesagt, sehr hohe Qualität. So, dann geht's weiter. Dann schauen wir in den hinteren Raum rein. Sehr großzügig, viel Platz. Dann hat man hinten die Sitzheizung noch für die hinteren Sitze, Anschlüsse. Machen wir mal den Kofferraum auf. Also Kofferraumvolumen ist auch ein Wahnsinn. Wenn man die Sitze umklappt, hat man Platz ohne Ende bei dem Fahrzeug. Da kann man sie sogar reinlegen und drinnen schlafen. So, gehen wir die Heckklappe wieder zu. Seitenansicht rechts. Wie gesagt, das Fahrzeug lässt keine München offen. Hat Vollausstattung. Sämtliche Kameras, Rundumsicht, von oben draufsicht. Bei Interesse schaut's bitte rein bei www.autohaus-olien.at. Wir haben jetzt eine Aktion bei den Fahrzeugen. Die sind relativ günstig, sage ich einmal, gegenüber von Listenpreis. Und schaut's einfach rein. Danke. Servus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war's für heute. Das war's für heute.